Guck ich da hoch? Scheinlich nicht. Ne. Sieht nicht so aus. Ja. Schön. Dafür sind die also da. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt schon kommen. Hätte ich mal nicht das Auge da hinwerfen sollen. Nein. Nein, 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 nein. Gib mir das her. What the fuck? Scheiße. Leck mich noch am Arsch hier. Mr. Freeman. Den kennen wir doch. Hot water. What the fuck? Nein. Ach, scheiße. Ach, nee. Ach, hier sind wir wieder. Ja, loswerf. Loswerf. Ach, Mann. Muss ich jetzt hier mit den wenigen Leben rumgammeln. Los, gibts ja. Jetzt kommt wieder das blöde Viech hier. Was soll ich denn jetzt tun? Oh, speichern. Aha. Ich renne dann mal. Ah, bringt nichts. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein. Nein. Das blöde, lass mich in Ruhe holen. Lass, komm her und stüpp. Meine Fresse. Mann. Jetzt stüppst du aber. Ja, stüppst du. Oh, dreckiges Müsus. Dreckst. Ding. Wir haben so viel Leben. Ja. Wir kommen noch her. Mann. Dreckst hier. Ich könnte Leben gebrauchen, ne? Ich kann nicht rein. Nö. Hallo. Na, Face. Hagi. Mann. Das gibt's. Das gibt's nicht. Nicht rein. Ja. Ich mach aber Leben. Das sind Leben drin. Oh. 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 Yay. So, können wir da rein? Nö. Nö. Aber wenigstens etwas. So, können wir da rein? Ach, nee. Da waren wir ja eben schon. Aber trotzdem. Vielleicht ist hier was drin. Ähm. Sieht nicht so aus. So ist die Tür. Mann. Du warst das bestimmt. Ach, Schlochding. Wo geh ich lang? Hm. Was passiert wohl, wenn das Ding leer ist? Ich glaube, nichts Gutes. Habe ich's etwa noch mehr kaputt gemacht? Ach, hi. Ja, dann. Dann sag mal, folgend was. Ja, ich... ...dachte du warst vor lang. Hm. Find ich hier richtig? Sag mal was. Ich kenn mich hier nicht so gut aus. Ja. Mann. Ach, da ist es. Ja, ist es. Dankeschön. Ah. Ah. Es ist sicher, Hayden. Mein Gott. Eine Pistole ist noch drin. Oh, und eine Granate. Ah, 17 Schuss. Das ist echt die Welt. Und leer. So, speichern wir mal. Gucken wir das Loch aufmachen. Dankeschön, ne? Warum haben wir jetzt so tolle Handschuhe? Na? Boah, ich glaube, wir können wir nicht weiter. Noch nicht. Manual override emergency use only. Können wir jetzt so durch? Hm. Nö. Warte. Nee, ich glaube nicht. Ach, mit Kuh ist auch, äh, schnell, äh, schnell, äh, schnell die Waffe wechseln. Für die, die es noch nicht gewusst haben. So, wo müssen wir jetzt? Derp. Hm. Der Derp. Wo müssen wir nicht lang? Oh, da liegt einer. Da möchte ich aber ungern hin. Jetzt nehmen wir mal die andere Seite. Spiel speichern. Verschreiben. Ja, 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 ja. Hallo? Mach's auf. So, kein Knöpchen oder so. Was soll das denn jetzt hier? Mach's auf. Mach's auf. Ah. 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 Aha, aha. Hier sind wir also. Ach, nein. Lass mich durch, lass mich durch. What the fuck, 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 what the fuck. Meine Fresse, musst du mich so erschrecken, blöde. Mochten echt viele Schüsse. Oh, guck mal, wie knuffig der aussieht. Hm, na. Ja. What the fuck, what the fuck, was. Och, die singen sogar. Ist das ein Feind? Ja. Ich war mir unsicher, weil in Teil 2 waren wir Liebe Freunde und Helfer Munition Nicht schlecht Och und, ein bisschen Wie heißt das nochmal? Ich komme gerade nicht auf den Namen Äh, Airwick Lufterfrischer Na, schaffst du es hier durch? Ich lasse den mal leben Ja Was? Ja, das glaube ich Den die Hurs hier macht, ne? Ja, ich treffe den nicht So, springen wir mal runter Upsi Los Wo lang gehen wir jetzt? Nein, Mann Da war ich doch gar nicht Du blöde Scheißdreckviech Noch so ein Tier, ey Halleluja Ja, komm mal Jetzt hören wir noch Oh, was ist los? Geht doch Wie? Oh, ich habe kaum noch Munition Nicht so optimal Lass mich durch Was passiert jetzt wieder Ah, da hinten passiert was Oh, hoffen wir mal, dass das irgendwas Gutes ist Äh, nein Nein, 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 nein Sterben die Viecher jetzt oder was los? What the fuck, 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 what the fuck? Was ist denn das los? Wo muss ich denn hin? Das ist bestimmt hier sofort so ein Ding, wo man hochgehen kann Meine Fresse ist das schnell, ja, scheiße Ich habe gar nicht drauf geachtet Scheiße, nein Uuund tot Ja, komm, lass uns sterben Ach, nee, ach, nee, ach, nee Meine Güte Meine Güte Wo muss ich denn sonst lang? Gibt es noch ein anderes oben? Oh, komm Mann Ich will da stehen bleiben, aber das kippt irgendwie nicht so ganz Mensch Vor allem, der bleibt nicht direkt stehen Da rennt erstmal noch ein paar Schritte Hier geht es also auch hoch Was? Na? Auch hier? Oh, Mann Scheiße, was macht das da hinten? Also einfach Okay, lang Okay Mann, 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 Mann Los, mach hin Meine Güte Und, und, und Yes Lass mich los Lass mich los Ja, da bin ich hoch Los, lass mich hoch Ah, toll Alles nur für den scheiß kleinen Weg Schön Ja, wenigstens Bisschen Leben So Weiter, 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 weiter Da wird es nicht langen Hm Caution, Wet Floor Ja, da hat noch einer Zeit gehabt Den Boden zu putzen Und zu wienern Wenn er da nix anderes vorhat Übrigens, meine Crowbar ist richtig voller Ekelhaftes Zeugs Ist bestimmt jetzt irgendwo Ne, doch nicht Ich dachte, die wär so Blitzdings Strom und so So, ist hier vielleicht irgendwo das Leben Ah, da Na, kümmer natürlich nicht rein Scheißglas What the fuck Nein, komm nicht Wird kein Viech kommen lassen Ach man Ich will da rein Nix drin Yeah Was ist jetzt los? Ach da Ja, da können wir auch gleich hoch Ich gucke aber erstmal Was passiert, wenn ich da Hm, schade Na Na toll, los Spring da hoch Spring da hoch Muss ich auch mal den Bunny Hop da machen Ja Nur da rein, ne Oh Sag mal Geht doch Jetzt kommt hier so eine Kugel runter Wie bei In